Musik Studio liefert alle virtuellen Instrumente mit, die Sie benötigen, um eine Band zu simulieren. Jedes Vita-Solo-Instrument besitzt individuell sinnvolle Klangeinstellungen. Sie können die virtuellen Instrumente und Effekte entweder über den Startdialog oder direkt im Track Editor, im Objekt Editor oder im Mixer öffnen. Klicken Sie einfach im Bereich Plug-Ins auf einen der freien Slots und wählen Sie den gewünschten Effekt oder das gewünschte Instrument aus. Der Sample Player Vita 2 zum Beispiel bietet Ihnen eine grenzenlose Instrumentenvielfalt. Von Streichern und Bläsern über akustische und elektrische Gitarren und Bässe bis hin zu Percussion-Instrumenten und Drum-Kits. Wählen Sie einfach Ihr gewünschtes Instrument aus, nutzen Sie die Filter und Effekte im Vita 2 für Ihren gewünschten Sound und fertig! Neben dem Vita 2 steht Ihnen zusätzlich eine Reihe an spezialisierten Instrumenten für Ihre eigenen Beats und Kompositionen zur Verfügung. Der Sample Player Vita 2 5勺 Kopp inductioner und Bcc Untertitelung des ZDF für funk, 2017